ja hallo liebe camping begeisterten zuschauer zu einem neuen video auf unserem kanal wohnen wir wollen euch heute ein bisschen was zu unserem navi erzählen genau und was wir neues damit ausprobieren was wir zur verfügung bestellt bekommen haben wie man routen von dem handy oder von dem tablet aufs navi legen kann und wie wir das so ausprobiert haben ob das funktioniert oder nicht und das wollen wir euch erzählen aber vorher war noch so ein bisschen so uns über was unterhalten zur aktuellen situationen wie wir gerade mit einem umgehen ja wir sind jetzt gerade rausgefahren wir haben einen tagesausflug gemacht wir haben uns hier einfach mal an ein rapsfeld gestellt waren vorhin spazieren an einem see und ja müssen heute abend natürlich wieder zurückfahren weil es ist ja alles verboten man darf ja nichts mehr was wir sagen dazu sogar unsere was wir vorgestellt haben dieses video was hier gerade läuft mit privat camping auf einem privat grundstück hat ja so viele hass kommentare gegeben und so viel negative kritik und daumen runter und so und ja da fällt uns persönlich eigentlich auch nicht mehr viel zu ein weil alle oder ich würde mal sagen fast alle machen es heimlich die machen es einfach die fahren auch raus und übernachten irgendwo und haben halt glück dass sie nicht erwischt werden aber keiner sagt darüber was öffentlich und diejenigen die es sagen werden dafür angemacht die werden ja richtig böse beschimpft und alles und das finden wir geheuchelt ja sag jetzt auch was hallo liebe zuschauer ihr seht ich kann auch mal ruhig sein wir möchten nicht mehr ständig überlegen müssen was darf man sagen was darf man nicht sagen diese ganze geheuchelte scheiße warum ich das so deutlich sage weil was wir hier so gezeigt haben zwei videos von uns die letzten zwei videos die haben das ausgelöst was überall in der gesellschaft passiert nicht nur im freundeskreis sondern auch auf der arbeit und sogar einer eigenen familie ihr habt alle mitbekommen ihr müsst nur schauen was in der umgebung auch bei euch abgeht jeder von euch hat mitbekommen dass sich die meinungen spalten und dass es auseinander geht und dass niemand mehr deswegen über dieses thema spricht und auch wir wollen das ja gar nicht machen dafür ist unser kanal auch gar nicht da macht wirklich keinen spaß mehr und dann kriegen wir mit über andere youtube kanäle wo man sich über uns austauscht weil wir dieses privat camp ja wir haben es nicht erfunden das haben sicherlich andere auch schon gehabt die idee aber wir haben darüber einfach mal ein video gezeigt und ja da wird es dann real talk geben auf dem kanal und auf dem kanal und dann unterhält man sich und da kommen wir zur sprache wir wissen davon aber gar nichts und da geht es dann darum wie blöd wir sind dass wir das öffentlich gezeigt haben und da fragen wir uns was soll diese geheuchelte scheiße entweder man nimmt das alles ernst diesen super mega lockdown die notbremse die wir haben dann bleibt man zu hause dann hat man von morgens bis abends eine maske auf wenn man schlafen geht nimmt man sie vielleicht ab oder man sagt sich ich möchte jetzt auch mal rausfahren ich möchte was erleben ich möchte was tun und wo gibt es denn hier eine lücke was kann ich noch machen was ist denn erlaubt und dann macht man es aber nicht uns anprangern dass wir zeigen was man machen kann im lockdown was übrigens legal gewesen ist aber hinterm rücken ablässern und ja aber selber sowas machen also es ist ein unding möchte ich jetzt auch nicht mehr zu sagen ich will nur noch eines sagen in meinem beruf den ich ausüben darf bin ich tagtäglich acht neun stunden mit bis zu 50 menschen in einem einzigen kleinen raum die aerosole die da in der luft umherfliegen die sind ja wesentlich schlimmer als wenn ich mit meiner eigenen frau alleine mich in meinem wohnmobil aufhalte aber nein wir werden heute abend brav nach hause fahren müssen weil um 22 uhr die ausgangssperre losgeht und über den sinn muss ich ja wohl nichts mehr sagen ich kann nur sagen dass wir beide ein haushalt sind und wir beide jetzt tagsüber hier kontakt haben uns gegenseitig anstecken und dann nachts müssen müssen wir zu hause in dieser sinn der erschließt sich doch selbst bei den leuten die alles befürworten irgendwann nicht mehr alle die alle maßnahmen toll finden und alles mitmachen selbst die fragen sich doch irgendwann irgendwann sind die auch an einem punkt angekommen schon lange wenn ich vielleicht erst jetzt oder vielleicht kommen sie da erst noch hin was soll denn diese ungerechtigkeit was ist das denn was hier die ganze zeit läuft und wenn jemand sagt was so wie wir ihr seid corona leugner ihr seid verschwörungstheoretiker ihr gehört zu den querdenkern sind wir alles überhaupt nicht nein dann schaut euch doch was was neutrales an wie reitschuster nur mal so als beispiel geht auf youtube reitschuster ein das ist ein ganz normaler journalist der einfach ganz normal die ganze geschichte die hier läuft seit 14 monaten recherchiert als journalist aufdeckt und vor allem neutral ist und nicht verschwörung oder sonst was guckt euch doch mal so was an aber schreibt doch nicht jedes mal unter unseren videos den doof wir sind wir möchten einfach nicht unsere videos immer unter diesem druckmittel gestalten ihr dürft nichts sagen was die gesellschaft anstößig finden könnte warum wenn wir so sind wie wir sind warum dürfen wir das nicht warum wird unser vorletztes video gelöscht komplett gelöscht wenn wir gar nichts gesagt haben was böse war warum wird das gelöscht da muss man noch mal irgendwann mal aufwachen und auf youtube werden reihenweise ganze kanäle gelöscht nur weil die sich äußern zu dem tabu thema was läuft denn hier die ganze zeit und man kommt nicht drum rum wenn man youtube macht dass das thema aufkommt das geht los hier kommt einer vorbei klopft am wohnmobil wir kennen euch und du hast keine maske auf die kamera ist an der hat keine maske auf was ist jetzt los geht schon los du bist gezwungen dich dem thema zu stellen ja das ist es wird wo immer so noch bleiben dass es einfach ein sehr schwieriges thema ist und dass man seine meinung am besten für sich behält dann geht man am einfachsten glaube ich durch diese zeit aber das funktioniert nicht weil es unser aller hobby ja auch betrifft also von daher wenn wir jetzt ganz streng wären dürfen wir wahrscheinlich noch nicht mal raus fahren also noch nicht mal uns an irgendeinen see stellen und da spazieren gehen weil da trifft man ja auch andere menschen also deswegen es machen alle kompromisse glaube ich hier um geht es jetzt genau da werden wir jetzt die kamera hier mal etwas näher heran holen und dann geht es aber los ja und mitten bei den dreharbeiten für dieses video klopft es hier bei uns und da ist hier plötzlich ein anderer kastenwagenfahrer der uns hier mitten im feld entdeckt hat ich komme mal raus ich filme erstmal kurz hier nach hinten das ist gar kein adria das ist ein roadcar von pössl und man hat uns hier im feld entdeckt und man kennt uns das verstehe ich ja gar nicht warum guckt man als nicht adria sondern pössl fahrer wohn wenn alles was mit kastenwagen zu tun hat anguckt es kann ja auch ein anderer kastenwagenfahrer paar ideen haben die man selber übernehmen kann ja wir gehen mal ganz kurz hin zu dem roadcar das ist ja nicht so schlimm also wohnmobilisten auch kastenwagenfahrer duzen sich ja wir sehen uns hier gerade das allererste mal der hat hier geklopft aber natürlich gleich auf du und wir nutzen natürlich die gunst und zeigen das mal kurz was hier los ist das fahrrad im innenraum das ist ja auch mal interessant passt von der länge das ist ja wirklich interessant solange ich noch nicht das andere haben ja gut wir haben natürlich hinten diese huppett geschichte im adria sgx mit mega stauraum aber jetzt die geschichte da oben das würde mich ja mal interessieren und die zuschauer was haben wir denn da das ist ja interessant und das ist quasi für welche zwecke welche vorteile hat das insgesamt dass der wind die windgeräusche von dem heki sind dann weg ja na das hat eigentlich gleich drei vorteile auf einmal die windgeräusche dann ist es ja noch eine dämmung die isolierung und natürlich im sommer auch die hitze kommt da nicht mehr so rein also gibt es ja sowieso nicht so viele flächen weil hier oben kein skyroof ist aber wir haben ja mega viel angriffsfläche für hitze das ist hier schon weniger ja so tolle idee einfach so eine schaumstoff matratze zuschneiden nicht matratze schaumstoff stück ja deswegen stelle ich jetzt mal diesem wohnmobilisten mit seinem pössl die einfach mal so die frage was machst du eigentlich hier mit einem mega lockdown in der notbremse ich fahre trotzdem umher ich darf die ganze woche mit meinem lkw überall umherfahren und darf jeden an jeder ladestelle abladestelle wo mir ein haufen leute umherwinseln wieso soll ich mich dann am wochenende daran halten solange jeder lkw fahrer hier alleine stehen im eid drei stück solange die dann über drinnen übernachten solange übernachte ich auch immer im auto und auch noch nicht gescheucht worden von der polizei oder irgendwas die meisten haben sich jetzt neben gewerbe angemeldet so viele leute und sind dann ein auf ich bin beruflich unterwegs also was ich halt nur so super schwachsinnig finde ist wir waren ja vorhin hier bei einigen hotspots wie man so schön sagt proppenvoll alles überfüllt sich wohnmobile wir haben da bewusst nicht gefilmt im nachhinein bereut dass ich die kamera ausgelassen habe und was ist wenn es dunkel wird wenn es abend wird dann muss man nach hause fahren dann darf man nicht stehen bleiben ich habe es jetzt in holland gesehen die holländer haben es jetzt aufgehoben weil sie haben gemerkt es bringt überhaupt gar nichts die haben seit dezember ihren lockdown gehabt die haben vier monate lang gehabt die haben noch schärfere regeln gehabt die durften sich nur mit einer person pro tag nicht mal wie bei uns mit einer person ja also ich kann mich ja bei mir mit zehn personen wenn ich die in den zwei stunden abständen habe ja bei dem war es aber wirklich nur eine person aber sie sind trotzdem noch bei ihren das ist schon krass wie hast du uns eigentlich erkannt wir stehen da hinten mitten im feld das könnte doch irgendein anderer kastenwagen sein der aufkläber von youtube fällt das doch so auf das fällt auch dabei ist ja extra klein gehalten nein das fällt auf weil da ja eigentlich sonst nichts ist aber das fällt auch schön mal sehen zu treffen man vereint sagt ja schon man sieht keinen mehr wir haben lockdown wenn man so wie gesagt weil ihr da immer die dinger reinsetzt ja darf ich ganz zum schluss persönlich noch eine frage stellen ich weiß aber auch nicht ob ich das überhaupt nehme fürs video aber vielleicht nehme ich vielleicht aber auch nicht warum hast du keine maske auf wenn wir beide hier uns unterhalten weil mich dass ich bin hier außerhalb von einem geschlossenen raum und wie die ganzen virologen also was gesagt haben ist außerhalb von geschlossenen räumen die chance ein prozent aber die leute fahren alle im auto mit der maske rum in der fußregelzonen überall wo sie sind draußen weil das ist wieder der grund dessen weil sie angst haben dass sie die strafe bezahlen müssen ja auch aus überzeugung radfahrer überall mit maske was man jetzt sieht nein ich mache auch nur wirklich da eine maske auf wo ich es unbedingt machen muss ich habe schülern mal gesagt wenn ihr jetzt in der schule deswegen im zweiten weltkrieg und wieso sie alle hinter adolf hinterher gelaufen sind tut dann könnt ihr jetzt ist das die beste möglichkeit um euch zu erklären wieso die damals alle hinterher gelaufen sind es mussten alle hinterher laufen wer nicht hinterher laufen wollte wurde genauso wie jetzt mit repressalien geldstrafe oder sogar gefängnissen also was so war das damals bei adolf auch es mussten alle mit laufen oder sie waren den impf zwar gibt es ja sowieso entweder du impfst dich oder du darfst da und da nicht mehr hin wir sind alle gespannt wie das weitergeht und danke für das gespräch tabuthema wie immer gesellschaft spaltet sich gut vielen dank ja hier haben wir es das cenec e 3766 was wir hier bei uns verbaut haben vorweg dieses navigationsgerät haben wir uns selber gekauft wir haben es nicht bekommen und wir stellen es auch nicht vor in form von werbung deswegen werden wir auch keine bezahlte werbung einblenden und es geht auch nicht nur darum dass hier alles tolles jetzt geht's los ihr seht hier einige gerätschaften die natürlich nicht dazu gehören das navi ja selbst ist dieses hier das navi hat 899 euro gekostet mora was hat es gekostet damit wir damit das da machen können 199 euro für drei jahre und 299 euro für sieben jahre das haben wir genommen kartenmaterial also haben wir 900 plus 300 1200 euro für dieses navi bezahlt damit wir hier gleichzeitig kartenmaterial drauf haben und navigieren können natürlich kann man über android auto oder wer von euch apple hat auch navigieren über google maps wir wollten allerdings die navigation unabhängig davon nutzen warum wir jetzt hier die volle palette aufgebaut haben ein tablet und ein smartphone liegt daran dass wir euch free on tour zeigen möchten damit können wir das was wir auf dem smartphone oder auf dem tablet an reisen vorbereiten innerhalb einer halben sekunde aufs navi legen bevor wir das machen möchten wir allerdings ein paar worte zu unserem navi sagen also was wir toll finden von unserem navi das haben wir auch glaube ich schon in anderen videos gesagt erst mal das display an sich das ist schön groß das ist übersichtlich auf jeden fall es seit dem neuen update sind auch die ist die schrift auch kleiner was mir ganz toll findet für mich war es eigentlich auch groß okay ja was nicht so toll ist manchmal wenn man es an macht ist das radio auf einmal total laut an und wir wissen gar nicht warum ist auch nicht immer ne oh nora du steckst ja schon gleich in die tiefen ein das finde ich aber toll ich löse dich einfach mal ab diese menüs erst mal sind wirklich klasse man kann sich hier große symbole oder kleine symbole drauflegen man kann die symbole verschieden wie auf dem smartphone und wir haben hier drei verschiedene kamera anschlüsse und da haben wir eine rückfahrkamera mit dass die frontkamera wir haben eine frontkamera und zwei rückfahrkameras und da werden wir immer wieder gefragt braucht man das nein man braucht nur eine rückfahrkamera das ist die rückfahrkamera die auf dem boden zeigt dann haben wir natürlich noch eine rückfahrkamera die nach hinten in die ferne zeigt das finde ich besonders schön wenn man auf der autobahn fährt kann man dieses bild dauerhaft sich anzeigen lassen und sieht was hinter einem los ist und wir haben eine frontkamera und die ist tatsächlich überflüssig wir haben sie als luxus und haben dann hier diesen switcher so kann dann so ein kleiner taster damit wir multi view können hier zum beispiel geteilte ansicht stoßhänger links stoßhänger rechts und die kamera ist dafür toll oder fisheye mäßig damit man beim einparken vorne nirgendwo gegen fährt aber man nutzt diese kamera eigentlich nur wenn man irgendwo mal ganz dicht vorne parken möchte ansonsten braucht man sie nicht das ist spielerei man hat eine windschutzscheibe wenn jetzt die plissé mal offen wäre und da kann man alles sehen was man jetzt hier auch sieht aber was halt schön ist man kann die farben abgleichen man kann zum beispiel einstellen na das geht woanders wenn man jetzt hier in das menü reingeht kann man einstellen bei den eingängen die kameras und da kann man jede der drei kameras von der helligkeit kontrast sättigung farbton separat anpassen dass die drei kameras gleich aussehen wir haben uns dazu entschlossen euch dieses navi aus folgendem grund nicht komplett vorzustellen wir haben dieses navi bereits in einem unserer videos gezeigt und auch die funktionen davon und das blenden wir euch ein oben ist die verlinkung was wir aber in diesem video noch euch sagen möchten dass wir zum beispiel bei dem radio empfangen keine probleme haben und da hört man immer wieder dass die leute davon berichten da plus geht nicht mit der original antenne die im fiat ducato eingebaut ist wir mit diesem adria twin supreme haben diese dap plus antenne ab werk ich glaube die sitzt im rechten außenspiegel und haben null probleme mit den empfangen wir haben zahlreiche dap plus radiosender egal wo wir langfahren ohne eine extra antenne haben zu müssen andere kaufen sich extra eine profi antenne wollen sich ein loch durchs dach und installieren das das müssen wir alles nicht wir können uns vorstellen es liegt daran dass die leute einen falschen adapter genommen haben oder der adapter nicht richtig sitzt denn wenn man den adapter nicht richtig fest zusammen steckt dann ist der radio empfang bereits gestört wir haben zuschriften erhalten von menschen die das selbe zene e3 766 haben und haben probleme mit dap plus empfangen kann also nicht sein da muss etwas mit der verbindung nicht richtig sein mit dem stecker zum beispiel dann haben wir leute die haben andere navis und haben auch dap plus probleme dann haben wir aber auch leute die haben sowohl dieses gerät und auch andere geräte und haben mit der original antenne empfangen so wie wir sieht also unserer meinung nach einer verkabelung ja was ich schön finde an diesen schnelltasten die kann man übrigens auch in der farbe weiß einstellen jetzt sind sie in der farbe amber das ist orange für den fiat ducato dass man hier sich sagen kann zum beispiel diese favoriten taste die kann man belegen habe ich jetzt mal belegt mit unserem chromecast das ist auch schon die antwort wo wir immer wieder die frage gestellt bekommen wie macht ihr das denn dass ihr youtube auf eurem navi guckt ja das ist ein chromecast der ist über hdmi angeschlossen und damit können wir natürlich alles machen was wir wollen jetzt aber zu der tollen geschichte namens free on tour wie man es schafft routen die man mit dem smartphone oder dem tablet plant innerhalb von einer halben sekunde auf das navi zu legen wenn es denn klappt hier übergebe ich das wort an nora ganz kurz noch vorweg weil nora auch gefragt hat wie geht das überhaupt dieses navi hat einen steckplatz für eine sd karte das ist das kartenmaterial das navi kostet wie gesagt 900 euro und mit der sd karte noch mal 200 oder 300 euro mehr je nachdem ob man drei jahre oder sieben jahre das kartenupdate haben möchte und diese sd karte die benötigt man natürlich für free on tour und das wiederum geht auch nicht mit jedem fahrzeug denn das berichtet nora dann gleich aber erstmal versucht sie euch zu zeigen was ist überhaupt free on tour ja jetzt geht's los wir suchen jetzt erstmal hier auf dem tablet die app die haben wir runtergeladen vorher im playstore free on tour app start hier sieht man verschiedene sachen reiseerlebnisse wo man alles draufklicken kann dann sind hier routen die man suchen kann was gerade irgendwie dauert hier sind verschiedene plätze hier ist profil wo man seine sachen speichern kann seine favoriten einstellungen und so weiter gehen jetzt aber noch mal auf plätze zum beispiel kann man sich hier ein campingplatz aussuchen und diesen ich mache mal kurz das video weg das lenkt ab wenn man hier auf lage und kontakt geht müsste hier unten eigentlich eine sentokar sentokar heißt die glaube ich ne sentokar button sein wo man dann den platz aufs navi legen kann das geht also mit dem tablet schon mal nicht komischerweise komischerweise hier meinst du fehlten button ja hier fehlt der button dieser sentokar button das könnte daran liegen dass wir keine bluetooth verbindung zwischen dem tablet und dem zenec gerät haben wir versuchen das jetzt mal bluetooth zu koppeln aber ich glaube wir müssen hier zuerst drauf gehen das ist das tablet ne jetzt ist es verbunden mit dem theoretisch müsste das jetzt hier angezeigt werden ja dann müsstest du vielleicht die app nochmal neu starten ja vielleicht wir gucken mal zu was die nora hier macht die sucht sich jetzt einen platz ja ich suche mal mit diesen hier aus in italien warum geht das nicht dann halt den wieder wie eben lage und kontakt ja also das funktioniert jetzt hier irgendwie immer noch nicht gut also tablet geht schon nicht ist nicht kompatibel dann gehen wir mal auf dein smartphone zum beispiel vielleicht geht das da ja das ist ja ein samsung tablet gewesen jetzt habe ich hier mein handy mal gucken ob das hier habe ich auch die app runtergeladen suchen wir mal hier einen platz dauert anscheinend auch ein bisschen ich muss dir leider mitteilen nora dass es nicht funktionieren wird wenn du das tablet noch mit bluetooth verbunden hast das sind alles so dinge die man beachten muss ich überlege gerade ja wir zeigen das jetzt extra ungeschnitten komplett so wie es ist so jetzt ist nora mit ihm mit dem z de blade 10 verbunden das ist dein smartphone das ist die bluetooth verbindung so jetzt versuchen wir das mal hier mit einem platz zu verbinden lage und kontakt da fehlt wohl ein button hä warum weil du die ganze app nachdem du die bluetooth verbindung aufgebaut hast neu starten musst ja also wir haben jetzt ohne kamera nochmal weiter ausprobiert und man muss wirklich jeden tab schließen wenn da noch irgendwo ein tab geöffnet war dann geht es nicht um sie dann nochmal die app neu zu starten und dann suche ich mir nochmal einen platz raus dann lage und kontakt und dann ist endlich der button send to car und jetzt schauen wir mal ob das funktioniert wahrscheinlich muss ich auf home erstmal gehen wie wir sehen sehen wir nicht ich glaube ich glaube also ich glaube es muss die home die home taste gedrückt sein so jetzt nochmal jetzt warte center car nochmal ja es muss immer die home taste gedrückt sein aha dann funktioniert das so was ist jetzt passiert so jetzt ist der platz den wir ausgesucht haben ist jetzt hier übertragen camping sei sei ein so jetzt kann ich hier drauf gehen und jetzt müsste er eigentlich geöffnet werden in unserem navi ja neuberechnung der route zeigt oben an das dauert jetzt aber ein bisschen also eine halbe sekunde moment du hast gesagt eine halbe sekunde okay um den platz das dauert die übertragung auf das gerät sie hat das auch schon ja das hat auch nur deswegen gedauert weil wenn wir hier unten mal schauen ja das dauert ja auch achteinhalb stunden fahrzeit man kann jetzt hier glaube ich auch mal die gesamtroute irgendwo sehen routen übersicht da sieht man dann schon dass das hier eine strecke durch ganz deutschland ist ja und da darf man schon mal ruhig ein bisschen rechnen ja also das klappt gut also vom vom handy zu übertragen auf das navi ups genau ja aber du hast jetzt nur einen campingplatz herausgefunden man kann ja mit der free on tour app auch ganze routen ja aufrufen und was ist deine erfahrung mit der übertragung von routen mach das bitte mal ja da hast du nämlich auch schon erlebnisse gesammelt ja haben die dir gefallen oder nicht gefallen die haben mir nicht so gefallen ja warum das zeig mal bitte genau das lädt jetzt erstmal noch ein bisschen warum lädt das so lange ich weiß nicht vielleicht haben wir schlecht internet wir haben schnelles internet 4g wir haben jetzt zum beispiel planung 2021 deutschland rundtour das ist jetzt eine route die hat jemand reingestellt hochgeladen und die möchte ich mir jetzt angucken und übertragen also dauert die app so lange ich mach jetzt hier nochmal auf home weil wir haben wirklich schnelles internet ja vielleicht ist es die app wir gucken jetzt ja auch hier youtube videos nebenbei ja und das geht wunderbar schnell jetzt ist sie geladen zum beispiel ja jetzt kann man hier oben gibt es so eine mit so einem pfeil so eine taste und da kann man jetzt zum beispiel das übertragen ne ja die route wird übertragen aber es passiert nicht musstest du hier wieder in das hauptmenü gehen ja bin ich gegangen hab ich gemacht auf home ja hab ich siehst du doch ach so ja ich sag hier rum das hat nicht funktioniert also das habe ich jetzt mehrmals probiert vorhin solche routen einfach zu übertragen das hat nicht funktioniert man kann also das bleibt stehen einfach man kann jetzt hier einzelne diese plätze die die route ausmachen die kann man sich raussuchen man kann jetzt zum beispiel den stellplatz raussuchen moment ja jetzt hier zum beispiel den anklicken und dann hier an der seite ja mach das mal bitte warte mal das funktioniert jetzt gerade auch nicht was funktioniert denn hier überhaupt also vorhin kam dann dieses hand to car button und dann konnte man einzelne ah jetzt kommt es man muss ein bisschen warten also man muss ein bisschen geduld haben was hast du jetzt dann genau jetzt habe ich send to car und jetzt kann ich die route übertragen ja also das geht ja und wo ist die jetzt ja wo ist die denn ja das hat vorhin nur funktioniert gleich kommen hier eigentlich die ganzen wegpunkte ja jetzt kommen hier die ganzen wegpunkte von dieser route die man auch einzeln anklicken kann wenn wir jetzt diese ganze route hier oben gibt so eine feiltaste teilen wollen mit send to car kommt noch nicht mal mehr das übertragen symbol es führt zu mehr problemen als vorhin schon theoretisch müsste man jetzt das auch über send to car übertragen können was aber irgendwie nicht so ganz funktioniert leider da steht dass diese funktion generell derzeit nur für navigationsgeräte verfügbar ist die direkt über die marken der erwin hymer group bezogen werden entweder direkt ab werk bei fahrzeugbestellung oder über den über original teile und zubehör bereich der jeweiligen marke also an sich finde ich das toll dass man einzelne plätze aussuchen kann und aufs navi legen kann das ist ganz toll schade dass es mit den routen nicht so klappt das wäre natürlich auch eine richtige erleichterung gewesen weil jeden einzelnen stellplatz raussuchen und eingeben auf dem navi und zufügen das konnten wir vorher auch schon also das dauert halt auch ein bisschen und das wäre natürlich total schnell gegangen wenn man jetzt sich vorher eine route zusammenstellen kann und die komplett einfach nur drauflegen kann da bin ich ein bisschen enttäuscht dass das jetzt so nicht funktioniert hat das navi an sich ist toll also wir haben klar fällt uns immer mal was auf wie zum beispiel das beim fahren wenn wir das neu starten das navi das dann auf einmal der ton die sprachanweisungen einfach ausgeschaltet sind die muss man manuell dann wieder einstellen da sind wir noch nicht so ganz hinter gekommen warum das immer passiert oder dass auf einmal das navi beim starten ganz das radio ganz laut angestellt ist und auf einer bestimmten lautstärke die wir gar nicht vorher an hatten aber an sich würden wir uns immer wieder diese zähne kaufen wir haben hier fünf verschiedene endgeräte wir haben drei smartphones ein tablet und das navi das sind fünf geräte oder habe ich mich verzählt drei smartphones ein tablet und das navi also vier geräte die wir darauf legen wollen und es funktioniert mit nichts und mit gar nichts außer mit dem smartphone von nora ja mit so einem was ist das für eine marke zte ja und mit samsung geräten geht es schon mal gar nicht die wir so haben ich habe zum beispiel das smartphone a 71 von samsung damit filme ich auch nora filme ich damit gerade und auch mit dem a 50 funktioniert es nicht mit dem tablet funktioniert es nicht und das enttäuscht schon schon sehr vielleicht wird das adria wenn camp nicht stattfinden können das ist jetzt schon in einem monat und ein paar zerquetschte wir haben mai und mitte juni soll stattfinden ihr habt es vielleicht mitbekommen alles verlagert sich jetzt nach luxemburg da ist alles erlaubt da fahren alle leute hin da ist natürlich die idee dann lasst uns doch dort das camp machen dann müssen wir ja wieder umorganisieren und machen und tun hat man darauf lust dann macht es doch im september ja dann dürfen wir selber nicht daran teilnehmen weil der grüne pass wird im sommer eingeführt wir lassen uns aber nicht impfen das ist auch wieder dass wir von der gesellschaft ausgeschlossen werden weil wir das sagen wir dürfen es nicht sagen warum sagt ihr es denn dann weil es uns betrifft weil wir das adria wenn camp gar nicht verschieben können wenn wir da selber nicht daran teilnehmen dürfen deswegen muss man über das thema ab und zu reden wir haben heute mal was richtig krasses rausgehauen aber das hat ja ja der kunze auch gemacht er hätte zwei videos rausgehauen hilfe ich bin schon psychisch krank geworden durch dieses ganze zeug was hier läuft und das zweite video wo er sich entschuldigt hat für den letzten satz in seinem vorherigen video hat er aber trotzdem gemacht ja wir haben das auch gemacht wir haben uns entschuldigt dafür dass wir in den letzten zwei videos gezeigt haben dass wir ein paar lücken ausgenutzt haben ja so abschließend zu sagen ist nur das war als hobby gedacht wartezeit zu verkürzen sich auszutauschen mit anderen und du meinst jetzt unseren youtube kanal wohnen wenn ja genau allgemein und wie sich das jetzt so gerade alles entwickelt ist ja wir haben mehr abonnenten bekommen aber es ist auch richtig viel kritik und negative kommentare mit löschung des videos und so was wir alles jetzt erlebt haben und da muss man sich schon sagen was macht das für einen sinn und macht das überhaupt noch spaß ne also das ist so wo wir auch nicht wissen wo die reise hingeht wie sich alles entwickelt vor allem weil man irgendwie kaum was zeigen darf weil sofort irgendjemand irgendwas nicht passt ne also das ist im moment sehr anstrengend ja es ist ein tag später und wir haben uns nochmal gedanken darüber gemacht ob wir das video wirklich zeigen sollen oder nicht was wir gestern gedreht haben und wir sind zu dem schluss gekommen doch machen wir weil es ist einfach unsere meinung das was wir hier ausprobiert haben sei es zu dem thema was wir gesagt haben was jetzt gerade alle beschäftigt und auch zu unserem navi was wir ausprobiert haben wir sind keine wir sind nicht von irgendjemand gekauft wir kriegen kein geld für irgendwas das ist alles unser hobby und warum können wir da nicht so unsere ehrliche meinung sagen zu dem was wir ausprobieren zu dem was wir wie wir die momentane lage sehen unsere einschätzung dazu wir haben echt keine lust dazu irgendwie uns zu verstellen und nur das zu zeigen was andere sehen wollen warum auch also es ist ja privat vergnügen wir machen das ja nicht um jetzt nur noch anerkennung zu bekommen und unsere meinung nach dem wind ach ja die meinung ist jetzt so und dann müssen wir mal lieber nur das sagen und das erzählen und nur darüber berichten ne das wollen wir nicht wir wollen das zeigen was uns beschäftigt und was uns ausmacht und unsere meinung ist da schließe ich mich den worten von nora an damit endet dieses video liebe zuschauer unser navi cenec e3766 ist ein hervorragendes gerät das wir weiterempfehlen das wir mögen das wir behalten das hat nichts mit free on tour zu tun über das wir enttäuscht sind denn free on tour ist ja die software für smartphones oder tablets um routen oder stellplätze auf das navi legen zu können das hat bei uns nicht funktioniert obwohl wir verschiedene endgeräte getestet haben und wir sind einfach keine marionetten und stellen etwas toll vor wenn es nicht toll war für uns erfüllt es daher nicht seinen zweck wir verstehen das deshalb nicht weil samsung häufig vertreten ist viele menschen haben smartphones und auch tablets von samsung so wie auch wir und wenn samsung nicht kompatibel ist und auch andere hersteller ihre probleme haben free on tour mit der übertragung send to car aufs navi legen zu können dann ist das für uns noch nicht so ganz ausgereift und wir haben wirklich alles versucht es hat nicht funktioniert nichtsdestotrotz ist das navi eine tolle sache und wir würden kein anderes navi haben wollen dann ganz zum schluss an diesem video oder hier in diesem video wenn wir zu dem tabuthema das ein oder andere sagen dann möchten wir auch in dieser hinsicht nicht marionetten sein die sich leiten lassen von dem was man sagen darf oder nicht sagen darf oder was in der gesellschaft momentan trend ist wir nehmen in kauf wenn uns von mir sogar die mehrheit der leute die das hier sieht nicht mehr mag das können wir nicht ändern wir wissen dass wir langfristig zu der minderheit gehören werden die von der gesellschaft ausgeschlossen sein wird darauf läuft es nun mal drauf hinaus und jeder der verständlich ist merkt es wir schwimmen nicht mit in der masse wir lassen uns nicht impfen und wir glauben auch nicht alles das was in den herkömmlichen medien gezeigt wird auch wir überlegen wie wir weiter verfahren ob wir jetzt unverblümt zeigen was wir machen oder ob wir unsere persönliche konsequenz daraus ziehen und unseren youtube kanal endlich auf privat umstellen und unser weiteres leben genießen ohne die öffentlichkeit diese option lassen wir uns aber noch offen aber das geben wir hier in diesem video trotzdem bekannt dass wir uns auch nicht leiten lassen und das ist uns auch gar nicht interessiert was die mehrheit in dieser gesellschaft für richtig hält denkt oder glaubt wir sind wir und nicht die masse und mit der masse schwimmen wir halt nicht mit jedenfalls ist es absolut fatal was hier die ganze zeit läuft global nicht nur deutschlandweit ich erinnere daran dass bei der schweinegrippe damals das gleiche versucht worden ist ein neues system zu erschaffen man hatte es nicht geschafft es gab genug wachsame menschen die das verhindert haben und heute spricht niemand mehr über die schweinegrippe falls es euch aufgefallen sein sollte hier allerdings läuft alles das system ist angerollt weltweit und auch innerhalb von deutschland und über die impfung über die ich jetzt am schluss nicht sprechen möchte möchte ich nur eines anmerken stellt euch mal vor es ist irgendetwas daran was man doch so darüber liest und erfährt was die meisten zuschauer von euch für eine verschwörung halten dann wird es doch sehr 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 fatal sein was am ende passieren wird und dann ist allerdings zu spät für all diejenigen die ihren armen hingehalten haben und sich haben impfen lassen eines ist jedenfalls sicher dass die ungerechtigkeit da ist und das kann niemand abstreiten und niemand leugnen dass die freiheiten und die rechte nur dann zurück erlangt werden können für den normalen bürger auch in deutschland wenn er sich hat impfen lassen und alleine das schon schreit nach aufklärung nach mehr informationen und lässt tief durchblicken dass wir hier in eine sehr starke ungerechtigkeit hineingehen die absolut nichts mit dem virus zu tun hat denn viele mit denen wir uns unterhalten haben die sich impfen lassen oder schon geimpft sind haben das nicht getan weil sie angst vor einem virus haben sondern einfach nur weil sie ihre rechte und freiheiten wieder zurück haben wollen noch sind wir präsent wir sind auf der bühne wir haben sie noch nicht verlassen wir gucken auch jetzt mal was mit diesem video passiert wir lassen daumen hoch daumen runter bewusst an das heißt man kann es ja auch deaktivieren wir lassen es aber an wir lassen auch die kommentarfunktion aktiviert und also ganz bewusst und wir schauen einfach mal was passiert jetzt haben wir jetzt den vogel abgeschossen oder nicht vergesst alle nicht dass wir ein gemeinsames hobby haben wir lieben das camping das campen wir haben ein wohnmobil ihr auch eigentlich alle die ihr uns schaut und zwar haben wir ein hobby was großartig ist und was draußen stattfindet das wissen wir alle und dieses hobby sollten wir nicht aus den augen lassen egal was kommt egal was verboten ist oder was erlaubt ist oder was in zukunft sein wird vergesst nicht dass wir alle ein gemeinsames hobby haben und wir finden echt unter aller würde von so vielen nachbar kanälen hier auf youtube die allesamt auch mit diesem hobby hier was zu tun haben wir gucken die kanäle ja auch alle die alle die schnauze halten und schweigen die sich nicht die finger verbrennen wollen wie wir das hier getan haben die einfach gar nichts sagen egal was sie für eine meinung haben die das thema umgehen und selbst wenn dann chats sind oder live streams real talks und was nicht alles da wird das thema umgangen und fragende werden ausgeblendet die fragen werden alle unter den teppich gekehrt weil man nicht darüber sprechen möchte finden wir schlecht finden wir nicht okay wir haben es anders gehandhabt wir haben darüber gesprochen viele herzliche grüße von nora und mirko und nun sind wir auf eure reaktionen gespannt bleibt wirklich ganz am ende zu sagen dass wir niemanden verurteilen und dass wir wirklich jedem seine meinung lassen und auch seine rechte und freiheiten und alles was er tut oder nicht tut ist völlig okay wir akzeptieren das wir tolerieren das wir sind auch nicht böse und wir sind auch wirklich gegen niemanden und wir kommunizieren auch mit allen menschen die anders denken wie wir das geben wir als tenor und als bitte zurück an euch dass wir euch bitten dass ihr uns auch so behandelt viele grüße danke fürs zuschauen bei dem wahrscheinlich krassesten video was es hier auf youtube wohnen wenn jemals gab ich sage tschüss und hoffentlich bis zum nächsten mal mit Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.